24 Zoll und ist sogar Bestseller New Subscriber What the fuck Was Oh Zell, bist du eigentlich komplett besoffen New Subscriber Alter, ein 25er Subtrain Kack die Wand an, ich bin verrückt Ich muss meinen fitten Arsch wieder in den Rennsitz beheben Oh mein Gott Hunze, why, warum, was ist los mit dir Alter Oh mein Gott, Alter, das muss ich highlighten, Alter, ohne Scheiß Die fahren immer noch zu schnell nach vorne Dann drück mal den ERS-Knopf Gute, drück den ERS-Knopf hier Aber er ist so Fast and Furious, der Junge Aber ich muss mal meine Setups aktualisieren, geht ja gar nicht hier Was machen die denn da, ey Ab durch die Mitte, wuhu Klippen, Freunde, klippen Egal, Gladbach und Köln, die können sich einfach nicht ab, warum auch immer Ja, es sind Rhein-Rivalen Nö, Rivalen Nein, Rhein ist doch der Fluss, Kutte Achso, so und so Oder lassen deine Geografie-Kenntnisse wieder nach Rat zu farben Gute Preise Gute Besserung Wow Alles klar, alles klar, Leute, clippt das Ich weiß zwar nicht, was Ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist oder was er den ganzen Tag guckt oder sowas Jetzt aber Was wohl mein Vermieter jetzt von mir denkt Egal Drauf gepümmelt, Alter, was soll der machen Schick dir jetzt sein Paket zu Ja So ein Stück Scheiß, Alter, lösch den, du Affe, Alter Ohne Scheiß, Alter Oh, meine Festplatte wurde neu angenommen Nie wieder Klopapier Ist halt, äh Mein WLAN braucht einfach 100 Jahre mal wieder Digga, bin ich froh, wenn der neue Router da ist Guckt euch den Patienten an, was ist denn denn falsch mit dem, Alter Guck mal, wie der fährt, Alter Alter Lösch dich einfach, Alter Emryk, ruf mal die Müllabfuhr an Die sollen mal den Müll hier entsorgen Komm, mach weg, mach weg Ja, wir hätten das Thema Blufleck nochmal ansprechen sollen Alter, ohne Scheiß, was ist los mit dir? Was zum Hören, geht's los mit dir? Hast du schon mal was vom Bremsen gehört? Wenn nein, dann kauft ihr welche Brembo ist welche im Angebot? Meine Fresse, Alter Ohne Scheiß, ey Junge Jetzt werde ich langsam sauer Klippt das einer Und wann ist der hier im Chat richtig? Und zwar nie Nie, würde ich nicht sagen Unglaublich selten Ich sag mal so, Emryk Wenn es um jemanden geht Tschüss Wenn es um je- Sorry Wieso fährst du eigentlich immer noch mit den Instas rum? Bist du eigentlich komplett besoffen oder was? Es ist trocken! Dann fahr doch Alter, ich krieg hier noch ein Firm wegen dir! Mein Gott, Alter Bitte, deinstallier deinen Account, Alter Spiel lieber Würfeln oder sowas, ey Spiel wegen Poker Oder spiel Barbies Traumworld oder irgendwie sowas Aber ohne Scheiß Geh aus diesen Simracing Simcard, meine ich, raus hier Meine Güte Was ist denn mit euch los hier, ey? Sag mal, würfelt ihr irgendwie eure Fahrtrichtung oder was? Dann ist das definitiv die falsche Variante Konflex zählen, finde ich gut Das soll es mit dem Video gewesen sein Wenn euch das Video gefallen hat Gebt dem Video einen Daumen nach oben Und abonniert diesen Kanal Damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst Für Formel 1 News und Gerüchte Könnt ihr mir gerne auf Twitter und auf Instagram folgen Und wer mich mal live erleben möchte Kann das auf Twitch machen Die Streamzeiten sind Donnerstags, Freitags und Samstags Ab 18 Uhr Ist hier alles eingeblendet Und in diesem Sinne würde ich sagen Haut rein, bis zum nächsten Video Und ciao